Ja, machen wir direkt weiter hier, würde ich sagen. Mann, Mann, Mann. Das wird echt noch brutaler anscheinend. Norwegen sind wir. 19 Uhr. Für 19 Uhr ist es aber dunkel hier. Na gut, Norwegen halt, ne? Was macht er denn? Schmeißt er die Leute über Bord hier? Die Toten. Ja, er sieht ja aus, so. Captain, ja, Captain passt dann zu ihm, ja. Ah, dieser schöne Himmel. Nice. Oh, jetzt wird's richtig heftig anscheinend. Ich bin gespannt. Irgendjemand könnte ja mal was sagen oder so, damit's nicht so langweilig ist. Auf dieser Fahrt. Auf dieser geheimnisvollen Fahrt. Aha. Was macht er jetzt? Signal. Morsezeichen. Ich glaub, mir wird schlecht hier auf dem Boot. Seekrank. Okay, wir sind bereit. Evans, Sie gehen mit mir unter Dirk und suchen die Waffenkammer. Dann machen wir die Motoren unbrauchbar. Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Leben, bis hier deutsch besser ist. Waters, Sie bleiben hier. Halten Sie sich in der Zeit abmarschbereiten. Ich glaub, mein Deutsch ist wohl wunderbar. Aber naja, wenn der Captain das so meint, dass mein Deutsch nicht so gut ist. Okay. Es wird spannend. Bitte um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis entstanden. Mhm. Was passiert jetzt? Dürfen Sie die Waffenkammer des Schiffs, okay. Oh, darf ich ins Wasser wahrscheinlich nicht, ne? Nö, geht auch gar nicht. Ein bisschen schwimmen wäre irgendwas gewesen. Okay. Moin. Du siehst ja aus. Alter, wie sieht der denn aus? Ja, du kannst berücksichtige Waffe geben. Die nehme ich wohl auch. So. Captain Price. Was läuft der mir denn hinterher? Ich soll sie doch finden. Gehen wir mal hier hoch. Können wir nichts machen? Können wir überhaupt irgendwas machen? Wahrscheinlich erstmal nur hinten rumlatschen. So ganz ohne Waffe ja schon ein bisschen komisch. Na? Hallo? Er schon wieder. Ihr seht aber auch irgendwie alle ganz schön gleich aus. Stehe ich euch im Weg oder was? Naja. So, was geht hier ab? Okay, wir müssen anscheinend nach unten. Hm. Na gut. Na? Da lang, da lang. Keine Ahnung. Es geht tief hinein. Hallo? Das ist die Waffenkammer. Holen Sie die Sprengsätze aus der Waffenkammer. Aber ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. Hallo? Okay, er macht es bestimmt. Ich bin sicher. No problem. Oha. Jetzt geht's los. Wow, alles nehmen, alles nehmen. Ich brauche hier was. Waffe. Habe ich jetzt Waffe? Nö. Hä? Sollte ich nicht eine Waffe nehmen? Okay, ich muss einfach nur... ...Sprengsätze platzieren. Okay. Zack. Wie soll ich denn hier weiterkommen, wenn er mich abschießt? Alter, nein. Ja toll. Hä? Im Vorbeilaufen sollte ich das doch machen. Okay, dann müssen wir es anders machen. Ach, ich habe Granate aufgenommen oder was? Jawohl. Cool. Dann machen wir es halt so. Okay. Wow, scheiße, 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 scheiße. Mann, sterb doch, du Sau. Bam. Waffe. Jawohl, Waffe. Geht doch. Das habe ich gebraucht. Scheiße, nein. Scheiße, da muss ich nachladen. Das ist immer blöd, ey. Das ist immer blöd. Wir sollen gleich wieder eine Waffe holen. Dann nehmen wir wieder Granate. Stielgranate hier. Kommt schon durch da. Und lebt da noch? Scheiße. Deko. Jawohl. Da hat sie ihn schon erwischt. Ach ja. Da war ja noch was. Springsatz. So, jetzt hast du es aber eine andere Waffe. Na ja, da können wir die auch nehmen. Ah, die ist aber kacke. Ich will irgendwas Schnelles. Sprengsatz. Ja. Toll, jetzt habe ich nur so eine blöde Waffe hier. Da muss ich jetzt vorsichtiger mit sein, anscheinend. Den haben wir. Der ist auch platt. War da nicht noch einer? Ich weiß nicht. Aber die geht richtig ab, ey. So, jetzt haben wir die auch noch. Schön als Zweitwaffe. Habe ich überall Springsatz angebracht? Ich glaube ja, ne? Wow, Alter. Will der mich verarschen hier? Immer schön aufpassen hier überall. Oha. Hier geht es ja ab. Wow. Also hier ist was Schönes gelagert, ey. Deftig, deftig. Kann ich nicht sowas mitnehmen? Das ist krass. So, hier muss ich gleich wieder einen Sprengsatz anbringen. Wow, scheiße, lad nach. Juhu. Grenade. Na komm, da war doch bestimmt noch einer. Scheiße. Uh. Wow. Ach, komm schon. Ich seh dich doch, du kleiner Rattenkopf. Na komm raus. Wow, Alter, nein. You Behinderten. Ich bin leicht tot. Ich bin leicht tot. Lebt er da hinten jetzt noch oder nicht? Man weiß es nicht. Anscheinend nicht. Oh, oh. Gleich bin ich wirklich am Arsch. Ich brauche irgendwie was Medipack-mäßiges. Wow. Komm schon, ich brauche was. Jawohl, ey, da ist es. Schön Medipack gesammelt. So. Zerstören sie die... Oh. Oh. Meine Herren. Hier erschreckt man sich aber. Zerstören sie die Luftabwehr-Radarsysteme nahe der Brücke. Drei übrig. Okay. Anscheinend müssen wir zurück, oder? Auch nicht. Ich weiß nicht. Boah, hier ist aber viel. Ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind wahrscheinlich immer weiter. Alter. Wow, alter Mann. Komm schon, ich gehe zurück. Boah, scheiße hier. So ist ja noch jemand. Puh. Mann. Oh, da haben wir auch nicht mehr viel Schuss. Erst mal nachladen. Hatte ich nicht... Ah ja, MP40. Oh, oh. Ich höre eine Granate. Wow. Alter. Da ist ja MP40. Ja, genau. Wer wirft denn hier was? Blöd, oder was? Okay, wir müssen hoch. Das weiß ich schon mal. Oh, fuck. Voll verjagt schon wieder. Wollen wir mal hoch. Hier ist noch nichts los. Kurz nachladen. Nein. Oh, nachladen ist manchmal echt übel. Die lassen jetzt schön, ähm... Erste Hilfe droppen. Das ist ganz geil. Wow. Alter, was ist jetzt hier los, Mann? Fuck. Geht ja gar nicht grad. Kleiner Rattenkopf. So, ich muss jetzt hier irgendwie vorsichtig weiter. Alter, oh, Junge, wo ist denn einer? Da. Oh, Mann, ey, ich bin gleich tot. Scheiße. Ich glaube, ich komme ja nicht lebend raus. Wow. Scheiße, ich habe keine... Granate mehr. Das ist schlecht. Ich laufe hier jetzt einfach durch. Damit ich hier irgendwas machen kann. So. Irgendwie muss ich ja hier weiter. So. Hier bin ich anscheinend... Oh, ich muss noch höher, genau. Ich muss hier anscheinend rein. Noch höher. Gibt's ja nicht. Wow. Ja, ich bin hier. Das stimmt wohl. Nachladen. Schnell, schnell, schnell. Was ist hier? Wow. Alter, habe ich mich wieder so erschrocken. Fuck, was ist das? Hier muss ich irgendwas machen. Kaputt machen wahrscheinlich. Ich wurde auch schon wieder angeschossen hier. Alles zerstören, die Scheiße. Ach, da ist einer. So, ein Hör. Okay. Hier kommen wir wieder raus. Wollen wir aber nicht. Wow. Alter. Komm schon. Fuck. Okay, wir haben's. Ziele aktualisiert. Dann nehmen wir das hier noch. Patrouillenlogbuch. Nachladen. Was geht jetzt? Kehren sie zu Sergeant Waters am Versorgungsboot zurück. Okay. Hier ist... Können wir nicht mehr. Müssen wir jetzt wieder zurück, wa? Oder hier? Nö, auch nicht. Okay, wir müssen wieder runter. Machen wir das doch mal. Bestimmt kommen uns gleich wieder welche entgegen. Scheiße. Alles so verzwickt hier, die ganzen Wege. Noch weiter. Und noch weiter. Kommen wir hier irgendwo raus? Sie kommen von rechts. Sie kommen von links. Was denn nun? Scheiße, ich muss in die andere Richtung. Fuck. Ah, zum Rettungsboot. Ja klar, wir müssen ja runter. Stimmt. Oh oh. Alter, da oben. Krass, Mann. Wow. Hier geht's aber auch wieder zur Sache. Richtig panausig. Komm schon, lauf, 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 lauf. Da war noch einer. Ich glaub, der lebt noch. Nee, doch nicht. Okay. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Schnell runter hier. Ja. So. Was? Wir haben den Käpt'n verloren. Scheiße. Käpt'n ist tot. Oh man, unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Ja. Aber der Käpt'n ist tot anscheinend. Und zwar würde ich mal sagen, war's das hier erstmal. Mit diesem geilen Fight. Ja. Mal sehen, was uns bei der nächsten Folge erwartet. Dann war's das hier bei eurem Mr. Freak. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Das war's für heute.